So eine Messe wie die jetzt, was verlangt die denn an Vorbereitungszeit? Also diese Messe ist im Jahresturnus, das heißt sie lebt eigentlich permanent. Wir brauchen das ganze Jahr, um diese Messe zu planen, um an den Markt zu gehen. Ich habe eben von der Recherche gesprochen, auf der Suche nach guten Ausstellern. Also das ist ein permanenter Prozess und eigentlich denken wir weit darüber hinaus. Wir denken schon die nächsten zwei, drei, vier Jahre und überlegen, welche Themen sind in der jetzigen Gesellschaft, in der Kultur Themen, die kommen und versuchen diese dann auch zu integrieren. Und manchmal braucht es auch sehr lange, um den Markt zu überzeugen, dass diese Messefläche und dieses Format genau das Richtige ist für das Produkt, das gebracht wird.